Hallo, so, das ist das Canvas Camp, das Emporia und Deluxe. Das ist das mit dem eingefassten Boden, den man mit dem Reißverschluss raustrennen kann. Sechs mal vier Meter, drei Meter hoch. Schauen wir uns das einfach mal an. Auf jeder Seite gibt es ein Fenster. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Hier wäre sogar ein Eingang möglich. Und hier ist sozusagen der Haupteingang. Also, sechs Meter, drei Meter, vier Meter. Gehen wir mal rein. Der Eingang soll irgendwie 1,75 sein. So, jetzt sind wir drin. Der Hammer ist ja erstmal diese drei Meter. Wirklich, du hast echt ein Gefühl. Hier, so eine Hand. Du hast echt ein Gefühl, das gibt es gar nicht. Ich drehe mich mal, dass er mal so ein Gefühl hat. Also, na, Wahnsinn. Ich denke, das ist schon irre. Es gibt, wie gesagt, es gibt auch das gleiche Zelt, gibt es auch mit so einer losen Bodenplatte. Ich finde das aber besser, weil ich auch das Gefühl habe, dass du da im Winter, äh, nicht im Winter, sondern dass du bei schlechtem Wetter, dass du da klarer kommst. So, ansonsten standen, es gibt dreimal dieses A für die Eingänge. Und den hier unten reingesteckt. Und dann immer einmal hier oben durchgeführt durch eine Öse. Gibt es auch noch eine Regenkappe für. So. Und das war's. Um mal so ein Gefühl zu geben, wie gesagt, das sind vier Meter. Und von da bis da sind es sechs Meter. Und das ist der Luftraum. Hui. So. Okay. Bestellt habe ich das bei Canvas Camp. Oder Canvas Camp. Habe ich am Montag bestellt. Und man mag es nicht glauben, einen Tag später ist es mit UPS geliefert worden. Ich bin total begeistert. Es ist eine super Qualität. Ganz viele Heringe sind dabei. Und, ähm, es ist wie gesagt, ein riesen Pleasure-Dom. Aber, ähm, ich bin wirklich bisher ganz angetan von dem Teil. Also, viel Spaß. Und, mal sehen, wie dann der Urlaub wird damit. Ciao. So. Das, doch, Wo? 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 Wo?